Herzlich Willkommen hier in der Kampfzelle. Heute wieder mit Schweinereiter Fights. Und auch Veritas ist wieder mit dabei. Es wird einige nicht gefallen, da ich ihn leider loben muss, da die Fights richtig super sind. Also viel Spaß damit. Ken Hack Attack hier mit seiner Bowler Attack kommt hier am Anfang mit einem Queen Walk. Wie ihr sehen könnt, er fängt hier erstmal an mit ein paar Minions die Armeelage hier aufzuräumen. Und hier wie meist ein Loom vorneweg, der Babydrachen hinterher, um den Weg für die Queen vorzubereiten. Die Queen kommt dann hier von oben in die Base rein. Der King hier zur Unterstützung, dass die Queen auch wirklich oben rumläuft. Natürlich hier der Wut, so viele Verteidigungen wie hier auf die Queen einschießen. Kann sie das nicht überleben. Er lässt sich hier wunderbar Zeit auch mit dem King zünden. Jetzt wird er gezündet, dass er hier nach unten zieht. Die Queen muss dann natürlich hier gleich gezündet werden, dass hier der Single Inferno sie nicht grillt. Zur rechten Zeit hat er das hier gemacht. Der Maufenichter öffnet hier wunderbar die Base für die Queen. Mit dem Single Inferno natürlich wird dieser gegrillt, aber hier kein Problem. Die Bowler im Wut natürlich auf dem Weg Richtung Adler. Super ausgeschaltet. Das heißt, er kann dann hier gleich mit seinen Schweinereitern in die Base kommen. Die Queen noch wunderbar am Borken. Die gegnerischen Helden hier gleich ausgeschaltet von dem Bowler und der Queen. Super Killsquad hier am Anfang. Das heißt, er kann von 12 Uhr mit seinen Schweinereitern in die Base kommen. Und wie immer natürlich alles im Heil halten, dass hier nichts passiert. Das Rathaus wird dann hier gleich auch gezündet. Jetzt kommt es raus. Das heißt, die Schweinereitern gehen auch aufs Rathaus. Super Frost hier. Vielleicht etwas zu früh, aber kein Problem. Noch genug Heilzauber und noch einen Frost hat er hier übrig. Die Queen jetzt leider gestorben. Aber auch das macht nichts. Die Heiler sind ja noch mit dabei. Und kümmern sich erstmal hier um den Woden. Die Schweinereiter super am Laufen. Noch einen Frost hier für das Ende der Base. Sehr schön hier von Connecticutag. Noch hier gefrostet, dass der Bombenturm nicht allzu viel anrichten kann. Der Loon hier wunderbar mit dabei. Und dann ist da schon die letzte Verteidigung. Jetzt gefallen. Das heißt, die Schweinereiter können sich hier ums Cleanup kümmern. Die Magier haben schon sehr gute Arbeit geleistet. Richtig klasse Fight hier von ihm. Unser Veritas wie immer mit Schweinereitern unterwegs. Kommt hier erstmal von unten mit ein paar Riesen und ein paar Magiern dahinter. Wie ihr sehen könnt, eine Tesla Farm gleich hier geweckt. Das ist natürlich nicht so schön, aber die Riesen und die Magier schaffen es trotzdem. Den Tunnel hier wunderbar vorzubereiten. Der King zieht etwas weg, aber kein Problem. Die Bowler und die Queen hier immer noch schön zusammen. Ziehen hier wunderbar Richtung Adler in die Base. Die Clanburg wird hier von der Queen und den Magiern super ausgeschaltet. Richtig stark. Der King hier auf der Seite noch gezündet. Die Walküren hier, wie ihr sehen könntet, sich gleich um die gegnerische Queen gekümmert. Und auch der Adler ist weg. Die Queen noch in der Mitte mit dem Warden zündbar. Super gemacht. Die Schweinereiter kommen dann hier von 3 bis 4 Uhr in die Base rein. Natürlich gleich der erste Heil beim Multi-Inferno und beim Magierturm. Die Queen hier noch zünden. Um hier den Single-Inferno auszuschalten. Richtig schöner Kill-Squad hier am Anfang. Und immer noch dabei. Sehr schön. Gleich sind hier die Helden weg, aber auch das kein Problem. Wie ihr sehen könnt, so viele Schweinereiter hier in der Mitte am Leben. Hinten für das Rathaus zwei Frost-Zauber mit dabei. Natürlich noch einen Heil-Zauber hier mit zum Rathaus schmeißen. Sehr schön gemacht. So viele Schweinereiter am Rathaus, dass das natürlich gleich weg ist. Super hier von ihm. Ein Frost, ein Heil hat er noch. Wie ihr sehen könnt, hier gleich geworfen. Also wie ihr gesehen habt, dass eine Riesenbombe noch im Weg ist. Und jetzt können sich die Schweinereiter um die Skelette kümmern. Die Magier und auch hier die Barbaren kümmern sich erstmal um den King und ums restliche Cleanup. Schön gemacht hier von Veritas. Einen Frost über hätte er beim Rathaus noch werfen können, falls das noch gezuckt hätte. Jetzt noch den King schnell gefrostet. Um auf Nummer sicher zu gehen. Schöne drei Sterne. Und Veritas mit seiner nächsten Drei-Sterne-Attack hier. Kommt auch hier von 10 Uhr mit ein paar Riesen. Und Magiern dahinter. Von 7 Uhr genau das gleiche Spiel. Langsam kann ich ihn schon nicht mehr loben. Kriege ich ständig hier von meinen Klankameraden mitgeteilt. Ich darf ihn nicht zu viel loben. Das übersteigt sein Selbstwertgefühl. Und er wird dann immer schlimmer. Aber was soll ich sagen. Guckt euch den Kill-Squad hier am Anfang an. Richtig stark gemacht. Den wurden hier vielleicht etwas zu früh gezündet. Da der Mauer für nicht da. schon draußen war. Aber die Walküren richtig fett mit dabei. Im Boot. Die gegnerische Clan-Borg kann natürlich ja auch nichts ausrichten hier im Fight. Die Schweinereiter kommen von unten in die Base rein. Ein Heil natürlich beim Magier-Turm und beim Inferno. Wir sehen können richtig viele Riesenbomben. Drei Stück an der Zahl inklusive oder bloß dem Bombenturm. Die Mauerfindichter. Mauerfindichter, sag ich schon. Die Bowler hier immer schön zusammen. Der nächste Heil auf dem Magier-Turm. Die Queen kann sich in der Mitte um den Adler kümmern. Noch eine Tesla-Farm hier in der Ecke. Das Rathaus und die Teile der Tesla-Farm hier schön gefrostet. Und natürlich mit einem Heil auf das Rathaus. Den Schweinereiter hier richtig unterstützt. Die Queen super mit dabei. Kann noch gezündet werden. Auch vollkommen overpowered hier. Wie ihr sehen könnt am Rand. Werden die Marke hier schon gesetzt, um zu clearen. Wieder einmal super gemacht von Veritas. Auch wenn es einige nicht gern hören. Aber man kann ihn nur hier loben. Wirklich starker Schweinereiter-Fight hier von ihm. Ohne Probleme holt er hier die drei Sterne. Schön gemacht. Jetzt ein Fight gegen ein Rathaus. Level 12, Level 12, Level 5. Richtig fett, wie das dann gleich abgehen kann. Er kommt hier erstmal mit zwei Babydrachen von 6 und 7 Uhr, um hier den Tunnel vorzubereiten. Und wir sehen können, ihn nervt hier noch. Das Armeelager versucht er hier mit einem Magier auszuschalten. Funktioniert nicht. Das heißt, ein Loon vorne weg, ein Magier hinterher. Um es auch wirklich auszuschalten, dass seine Truppen auch wirklich dahin gehen, wo er will. Hier in die Mitte. Der Maufenichter vorne weg, die Helden und natürlich die Bowler hinterher. Alles läuft super in die Mitte rein. Gleich ein Wut. Die Bowler scheinen hier erstmal außen rum zu laufen. Aber dadurch, dass der Maufenichter zur rechten Seite hier die Base öffnet. Ziehen sie super nach. Wie ihr sehen könnt, alles läuft wunderbar in die Mitte. Den Woden hier schön gezündet. Der Maufenichter leider nicht mit dabei. In der Mitte wird hier richtig fett aufgeräumt. Von 7 bis 9 Uhr können dann hier die Schweinreiter super gesetzt werden. Wie ihr sehen könnt, auch hier der E-Drachen wieder total wirkungslos. Der Heil beim Multi-Inferno richtig klasse. Da sind richtig viele Riesenbomben. Die Queen noch in der Mitte, super mit dabei. Richtig starker Kill-Squad hier am Anfang des Fights. Die Schweinreiter hier super durch die Base. Natürlich hier beim Rathaus einen Heilzauber. Wie ihr sehen könnt, Rathaus Level 5 hier. Das setzt richtig zu. Geht richtig fett ab. Natürlich hier gleich der nächste Heilzauber. Die Queen noch mit dabei. Die Riesenbombe hier. Aus dem Rathaus hätte es fast geschafft, alle Schweinreiter auszulöschen. Auf einen Schlag. Durch den Heil hier rechtzeitig. Gerade so noch gerettet. Das Clean-Up hier schon super mit dabei. Die Magier. Die Helden hier ohne Probleme. Holt er hier 3 Sterne. Richtig stark gemacht. Viel Glück bei der Explosion der Riesenbombe vom Rathaus. Aber auch das gehört dazu. Klasse 3 Sterne. Das war es wieder aus der Kampfzelle mit den Schweinreiter-Fights. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer daran denken, liken und abonnieren. Bis zum nächsten Video.